Hier kommt eine wunderschöne Podenka. Wir haben sie Becky genannt. Sie ist ganz lieb, sehr verträglich, total problemlos und jetzt ist sie sehr zufrieden, weil sie hat die Gelegenheit, ein bisschen spazieren zu gehen und sie möchte alles riechen, es ist ganz neugierig und ganz verschmusst. Es ist wirklich ein Schatz von Podenka. Sie ist gross, sehr elegant, sie verträgt sich mit allen Menschen und Hunden. Ein echter Schatz. Bekki! Ok, sie ist ganz gespannt. Es passiert etwas irgendwo. Vale, ja podemos seguir. Das ist ein ganz schönes Meer. Ihr Name ist Bekki und wir sind ganz verliebt in Bekki, weil sie so lieb ist. Sie hat keine Traumas, keine Ängste. Sie ist nur lieb und verschmusst und verträglich und jung. Nicht wahr? Ja. 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 Vielen Dank.